Ja moin moin, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich zu einer weiteren Aufnahme, um sie zwar der Umgebuss-Formulator, hier auf Plivo-Official, genau, und wir spulen die Zeit etwas vor, machen uns Gills-Pfeiler an, gehen mal auf 59, so, na, komm, jalla. Ah, die Route will noch nicht einsteigen, ha, setzen wir mal, ha, warum willst du denn nicht einsteigen, junge Fräulein? So, genau, wir fahren jetzt vom Julius-Turm, so Würzburger Straße hin, auf der wunderschönen Map hier, und wir fahren mit dem noch schöneren MXC2 LE, völligst ausreichend für diese, äh, Kurzlinie. So, können wir uns eigentlich schon ready machen. Ja, Kollege, wenn du da auch alles vorlässt, ne, also dann kommen wir hier ja nie raus. Kommt, wir nutzen, dass wir keine Kollision anhaben. So, sonst kommen wir nämlich hier nicht los, das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja versuchen, so wenig Verspätung wie möglich einzufahren. Oder war IAE, hab ich gar nicht gesehen. Auch keiner mit. Und jetzt behalte ich den, den Wolf. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. und tag hat diese stimme ich weiß gar nicht ob sie über den bahnhof kommen jetzt kommt auch noch manfred brandenburger straße guten tag hier 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 Jetzt sind wir drei Minuten schon zu früh, scheiße. Ich glaube wir halten hier gleich mal am Bahnübergang kurz an bei der Unterführung hier. Ne, das ist nicht mehr verantwortbar. Oder ist plus... Hallo. 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 Na hier geht immer so ein bisschen die Performance runter. Aber das hängt sich in der Regel gleich wieder. Ich meine, haben wir jetzt hier keine Aufhänger mehr. Die hat so geil, ne? Die haben hier aber einen Fehler gemacht. Hier heißt es Stettiner Straße und auf der anderen Seite, also auf der Gegenrichtung, heißt es Stettinger Straße. Also wäre auch so ein Ding, was gleich nochmal ausgebessert werden sollte. Hier guck, hier heißt es nämlich Stettinger. Hallo. 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 Ah. Ah, es kommt noch nicht auf. Guten Tag. Hallo. Auf jeden Fall sind wir jetzt total on time. Bis zum nächsten Mal. Hallo Gehen wir dann süßen Arsch ein Dass ich mal einmal hier durch kann Da 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 Hallo Hallo Ach Philipp LP Philipp LP Fährt sie auf Kirolstein Und Untertitelung des ZDF, 2020 So, noch zwei Haltstellen Ach, ich habe keinen Fahrgartenkontrolle mit Mensch, Daniel, wo bist du denn, Mann? Die hat sich doch mit eingepackt, oder? Oder? Hab ich es vergessen, ich weiß es nicht So, Moment, Singadam Guten Tag So, jetzt kommen wir zur Endstation Würzburger Straße So, da werden wir Jawohl Endstation, Tour abgeschlossen Ja, ihr Lieben Ich hoffe, euch hat es so wie mir gefallen Och, und sie kommen beruhigt sich wieder Und wir sehen uns dann im nächsten Video Macht's gut, Leute, ciao